Ich bin jetzt im Bierschneider, also nicht im Bierschneider sondern im Edeka-Markt. Hol mir jetzt so eine Spülflasche mal, sollte reichen glaube ich für ein paar Tage. Das Ganze sieht hier so aus. Und ja, damit beginnt die Challenge. Bis später. So Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander von Lembert. Rück mal von der anderen Perspektive aus. Ich war eben einkaufen gewesen, mir wieder ein bisschen Wasser gekauft. Das ist hier in Gölnsteiner und weshalb das Ganze? Ja, ich mache dieses Jahr im Jahr 2017 mal beim Projekt Wasserwoche mit. Das heißt, wir trinken gemeinsam eine Woche lang. Nur Wasser. Und lassen dieses ganze Süßkrank, Kaffee, Kaffee, Softgetränke, Alkohol, alles weg. Nur eine Woche lang. Nur Wasser. Und mal schauen, wie das Ganze verlaufen wird. Also, wer mitmachen möchte, kann gerne mitmachen dieses Jahr. Unten in der Videobeschreibung ist immer der Link zum Mitmachen. Und für alle, ihr könnt natürlich was gewinnen. Wenn ihr natürlich glücklich seid, habt ihr, ich glaube, 5000 davon. Es gibt einen Wasservorrat von Gerstein, den ihr gewinnen könnt. Das war Alexander von Hamburg. Bis zum nächsten Mal.